Schäler heißt nun bei uns und Karol Wyrlewski, Polen, in Vorbereitung Detlef Kaiser. Ein Hinweis an die Aktiven der ersten Abteilung, bitte alle ohne Fehler bereithalten für die Siegerehrung nach der zweiten Abteilung. Ohne Pferd selbstverständlich. Ohne Pferd selbstverständlich. Ohne Pferd selbstverständlich. Ohne Pferd selbstverständlich. Ohne Pferd ist strikt. Vielen Dank.